Hallo und herzliches Willkommen hier zu einem neuen Video. Ja, der J-70 Köln war heute zu Gast beim BVB. Und ja, die englische Woche neigte sich somit auch dem Ende. Und bis jetzt war ich mit dem FC wirklich sehr zufrieden. Gegen Leverkusen 2-2 gespielt, im DFB-Pokal 2-0 gewonnen gegen Stuttgart und eine Runde weitergekommen. Also von daher war das alles sehr, sehr gut. Und dann hieß es jetzt heute gegen Dortmund. Und man muss einfach sagen, das Spiel war eigentlich sehr, sehr gut vom FC. Also der FC hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hinten war man natürlich manchmal ein bisschen löcherig, aber das ging noch. Also es war weiterhin 0-0 und von daher... Und vorne hatte der FC wirklich gute Chancen, auch schon in Führung zu gehen. Dann ging der FC in Führung 1-0 durch Marc Uth. Alle waren sich am freuen. Allerdings war mein Jubel auch nur ganz leicht und ganz kurz. Denn es war am Ende ein Handspiel. Marc Uth hat ihn leider noch mit dem Arm oder mit der Handfläche mitgenommen. Und somit war es dann am Ende ein Handspiel. Ja, und somit zählte das Tor dann nicht. Ja, so ging es dann weiter 0-0. Aber der FC hat sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern haben weiter Gas gegeben. Auch der BVB hat ein richtig gutes Spiel absolviert in der ersten Halbzeit. Also es war wirklich richtig stark. Trotzdem war der FC ein Ticken besser, hatten deutlich mehr Chancen, hatten auch deutlich mehr Ballbesitz. Also von daher war es wirklich ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel, was der FC da abgeliefert hat. Aber das Einzige, was gefehlt hat am Ende, waren, oder auch in der ersten Halbzeit, waren die Tore. Denn man hat einfach nicht getroffen. Man hatte Chancen und Chancen und Chancen und Chancen, aber diesen runden Ball hat man am Ende nicht in das Ecke gekriegt. Ja, und so ging es dann 0-0 zur Pause, sondern dann gab es eine Situation. Und zwar gab es einen langen Ball von Dortmund und dann durch Julian Brandt. Und Julian Brandt hat dann auf, ja, Hazard gemacht oder getroffen oder gespielt. So, jetzt haben wir es, gespielt. Und ja, Hazard, Mutterseelen allein. Also wirklich, also da hättest du rechts, links, Mitte, überall hättest du einen Pkw parken können. So viel Platz war da. Der köpft dann am Ende den Ball ins Tor und somit stand es dann 1-0. Also, ich als FC-Fan hab da gesessen und gedacht, hey, was ist das denn jetzt? Warum steht es denn jetzt 1-0 für Dortmund? Der FC ist die ganze Zeit dran und macht und tut und gibt Gas. Und am Ende steht es 1-0 Dortmund. Irgendwie komplett verkehrte Welt. Denn Dortmund hatte zwei Torchancen und hatte die dritte genutzt. Der FC hatte sechs Torchancen oder sieben Torchancen und hat keine genutzt. Na, also man muss einfach sagen, in der ersten Halbzeit sind wir komplett an unserem Torverhältnis gescheitert. Oder an unserer Torchancenverwertung gescheitert. Muss man einfach so sagen. So, dann war Halbzeit 1-0, führte Dortmund. Wir waren immer noch komplett perplex, weil wir gedacht haben, hä, wie kann das denn sein? Und, äh, ja, und dann ging die zweite Halbzeit weiter und sie ging auch weiter. Und zwar wieder, wie der FC auch angefangen hat, ähm, in der ersten Halbzeit. So hat er auch wieder in der zweiten Halbzeit angefangen. Wieder mit Ballbesitz, wieder mit Torchancen, wieder mit Zweikämpfen, wieder mit Druck auf den Gegner bringen. Also es war wirklich alles wieder gut, bis auf, Überraschung, die Torchancen waren wieder mal das Problem. Dass wir einfach die Torchancen nicht genutzt haben. Ja, wir hatten Torchancen, aber wir haben sie einfach nicht genutzt. Und das war einfach, ja, ziemlich anstrengend, muss man sagen, ne. Man hat gedacht, boah, jetzt komm und dann war es wieder nicht. Und dann jetzt vielleicht und wieder nicht. Also das war wirklich, teilweise wirklich sehr mühselig. Ja, dann, äh, war der FC, wie gesagt, immer noch drauf und dran. Dann, aber, das Problem war, Torchancen, Köln, fast schon 15, 14, 15 Torchancen, FC, Dortmund 6. So. Dann, in der 60. oder in der 70. so rum, hat dann, äh, Dortmund gewechselt. Der FC hat auch nochmal gewechselt. Duda kam für Kainz. Und, ähm, oder Kainz kam für Duda. So ist es richtig. Und, ja. Und am Ende stand es dann 2-0. Wieder ein Total, also eine Ecke. Und da springt einfach überhaupt gar keiner hoch. Keiner. Absolut keiner. So. Und dann steht 2-0. Und ab da war es eigentlich gelaufen. Also klar, habe ich dann noch gehofft, vielleicht doch nochmal ein Blitz-Comeback von Anthony Modest. Nein, aber, ähm, am Ende war es einfach dann, wir haben einfach, heute haben wir einfach das Spiel verloren. Nicht, weil wir nicht gekämpft haben. Aber nicht, weil wir zu wenig Torchancen jetzt spielt haben. Auch nicht, weil wir hinten nicht sicher standen. Das war natürlich auch nochmal, klar, gegen Dortmund kannst du nicht jede Torchance verhindern. Das ist einfach so. Dafür haben die einfach eine zu hohe Klasse. Das ist einfach so. Also da würde ich auch nochmal nicht mal sagen, dass es jetzt an der Abwehr lag. Sondern es lag heute einfach daran, dass wir einfach nicht die Torchancen, die wir hatten, genutzt haben. Wir haben insgesamt 17 Torchancen gehabt. Und wir haben einfach zu Null gespielt. Wir haben einfach kein Tor geschossen. 17. Und da waren bestimmt von den 17 Stück, waren bestimmt 6. Torgarantie. Also eigentlich waren das, also von den 17 waren bestimmt 6 wirklich, wo du sagst, der muss rein. So. Also von daher muss man heute einfach sagen, die Chancenverwertung war heute einfach unterirdisch. Und daran haben wir, und daran sind wir verloren. Daran haben wir, dadurch haben wir verloren. Ja. Durch diese Chancenverwertung. Ne, das ist halt ärgerlich. Aber gut, gegen Bochum, äh, gegen Bochum, gegen Dortmund, ähm, kann man auch mal verlieren, ne. Also das ist jetzt keine Schande. Trotzdem spiegelt das Ergebnis nicht so ganz dem Spiel ab. Also 2-0, da denkst du eigentlich, okay, das war ja für den, für den Dortmund eigentlich ein ganz lockerer Ritter. Aber in Wirklichkeit, äh, hat eigentlich Köln das Spiel mehr gemacht. Klar, Dortmund hat am Ende, war halt kalt wie Hundeschnauze und hat das einfach, äh, eiskalt dann auch gemacht. Von daher geht der Sieg an Dortmund auch vollkommen in Ordnung, weil sie einfach die Torschancen genutzt haben, ne. Aber trotzdem hätte der FC auch einen Unschieden holen können von den Chancen her. Also es hätte 3-3 ausgehen können, es hätte 4-4 ausgehen können, es hätte aber auch 5-3 für den FC ausgehen können. Also es wäre, also das Spiel war eigentlich dauerhaft spannend und für einen neutralen Zuschauer war das ein richtig geiles Fußballspiel, ne. Nur als FC-Fan leider nicht so. Für die Dortmunder auch, aber für den, für den Kölner leider nicht so. So, naja. Ja, deswegen, das ist natürlich jetzt, äh, nicht so optimal. Und, ähm, ja, jetzt heißt es dann nächste Woche Munder putzen und weitermachen. Jetzt hat man ja wieder eine Woche Zeit. Jetzt am Sonntag wird erstmal geschaut, also morgen wird erstmal um 18 Uhr eingeschaltet, wird erstmal geguckt, gegen wen wir im DFB-Pokal ran müssen, in dem, im Achtelfinale. Da werden wir auch mal, äh, schauen müssen. Das, äh, werde ich im Übrigen auch Livestream, also seid da gerne mit dabei, würde mich sehr freuen. Und, äh, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst es mich wissen, mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, oder wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch hier diesen Account. Würde mich sehr freuen, wenn ihr hier diesen YouTube-Account abonnieren würdet. Bis dahin, macht's gut, das war's. Euer Niklas und ciao.